Hallo, ich bin Bärbel Schneider. Ich bin Heilpraktikerin und arbeite seit 16 Jahren in meiner eigenen Praxis in Saarbrücken. Im Rahmen meiner Dozententätigkeit für die Paracelsus-Schulen biete ich verschiedene Seminare im Bereich des Regelunterrichts an, aber auch einige praxisbezogene Sonderseminare. Heute möchte ich Ihnen mein Seminar die Aschnaschen Ausleitungsverfahren vorstellen. Mithilfe der Aschnaschen Ausleitungsverfahren sind wir in unseren Naturheilpraxen in der Lage, Stoffwechselschlacken und Umweltgifte aus dem menschlichen Körper zu lösen. Durch die Aktivierung der Ausleitungsorgane, wie zum Beispiel des Darmes, der Haut, der Lunge und der Niere, werden diese Stoffe dann im verstärkten Maße abtransportiert. Damit folgen wir einem Lehrsatz der Hildegard von Bingen, die schon im 12. Jahrhundert sagte, wer gut reinigt, heilt gut. Das Seminar die Aschnaschen Ausleitungsverfahren läuft über zwei Unterrichtstage. Die Aschnaschen Ausleitungsverfahren bestehen ja aus verschiedenen, mehr oder weniger bekannten naturheilkundlichen Verfahren, wie zum Beispiel dem Adalas, der Blutigelbehandlung, dem Bonscheitieren und der Schröpfkopfbehandlung in unterschiedlichsten Varianten. Im theoretischen Teil des Seminares mache ich sie mit der Wirkweise der verschiedenen Verfahren bekannt und im anschließenden praktischen Teil, der grundsätzlich in meinen Seminaren einen großen Raum einnimmt, haben sie die Gelegenheit, die Verfahren, soweit es der Unterrichtsbetrieb zulässt, an ihren Mitstudenten zu üben und am eigenen Leib zu erfahren, was die Aschnaschen Ausleitungsverfahren sind. Das Seminar ist zunächst für Therapierende, wie Heilpraktiker und Physiotherapeuten gedacht, aber auch interessierte Laien, die im Rahmen ihrer Familie etwas für die Gesundheit ihrer Lieben tun möchten, sind uns willkommen. In meiner langjährigen Praxis hat sich herausgestellt, dass die Aschnaschen Ausleitungsverfahren wirklich die Basis von Gesundheit und Wohlbefinden sind. Es ist mir ein Anliegen, mit meiner Arbeit dafür zu sorgen, dass die Menschen die Verantwortung für ihre Gesundheit auch selbst übernehmen. Aus diesem Grunde halte ich auch vielfach Vorträge und Seminare bei Firmen, Vereinen und Verbänden. Meine Arbeit macht mir viel Freude und besonders gerne gebe ich mein Wissen und meine Erfahrungen an künftige Kolleginnen und Kollegen und auch an interessierte Laien weiter. Und jetzt würde ich mich freuen, Sie bald in einem meiner Seminare begrüßen zu können. Bis bald, Ihre Bärbel Schneider.